Zocker an die Let's Play Herzlich Willkommen bei Zocker an die Let's Play. Wir spielen heute Zombie Tycoon 2. So, wir sind wieder voll und probieren es jetzt. Befreie Bad Care Care. Das werden wir auf jeden Fall machen. Das mal hier einnehmen. Den Turm hier, den können wir auf jeden Fall brauchen. So, der gehört uns. Jetzt nehmen wir das Haus hier ein. Haben wir eingenommen, dann schauen wir weiter nach oben. Beziehungsweise, wir sollten das hier machen. Machen wir das da unten. Dazu brauche ich aber Ingenieure. Machen wir platt. So, dann gehen wir wieder zurück. Auffrischen. Machen wir ein paar Ingenieure. Jetzt müssen wir sie gehen, wenn wir platt machen. Das ist jetzt wieder. Boah, sind die lästig. Leute, steh denen da so blöd rum. So, geh mal hier hin. Guter Doktor. So, einmal da bitte Ingenieure. Aber hier müsst ihr nicht immer durchlaufen. Mann, seid ihr Mongolen. So. Jetzt alle hier hin. Ihr auch, da. Kommt. Und rumlaufen bitte. Ah ja, mitten durch die grüne Grütze will ich jetzt auch nicht durch. Und dann befreien wir den jetzt endlich. Du kannst hier hin inzwischen. Ihr zwei werdet hier hin. Ah, scheiße. Jetzt kriegt er wieder... Ah. Kacke. Wir haben's vermasselt. Ah, ärgerlich. Na ja, müssen wir nochmal versuchen. Muss ESC zum überspringen. Hab ich gemacht. Dann kommen wir ins Menü, ihr Lustigen. Ne, SPC. Okay, was ist denn bitte SPC? Okay, wer hat das? Wir haben's. Also, das ist schon nervtötend, Leute. Das ist nervtötend. Wir müssen das hier weg. Die können den Schleim kaputt machen, die zwei. Das ist ganz gut. Das ist sehr gut. Und auch gut zu wissen. Mach mal den Schleim hier auch gleich weg. Die fressen denn oder so irgendwie. Aber auf jeden Fall sehr nützlich. Wir werden jetzt den Professor nicht so oft treffen lassen, weil das ist nämlich ziemlich blöde. So, das Haus müssen wir einnehmen. Hoppala, hoppala. Ich hab mich wieder verdrückt. So, das spulen wir, weil das kennen wir ja schon. Ich will dieses Haus. Immer schön draufhauen, Leute. Ich will das Haus haben. Der Professor macht es schon. Aber du könntest ein Stückchen vorgehen, Professorchen. Hallo. Professor. Stell dich hin. So, das gehört uns. Jetzt schick mal die. Da rein. Die lassen wir diesen Mist hier ernten. Und dann befreien wir den gleich, ne? Genau. So, los geht's, Lungs. Alle da rüber, bitte. Häuser einnehmen und so. So. Hau mal rein da mit deinem G. Mo, wo, 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 wo. Ow, wo, 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 wo. Weg da! Ne, der Professor gibt denen grade ziemlich Zünde. So gehen die alle auf mich hin. Das ist doch ärgerlich. So, jetzt holt euch diesen scheiß Tower. Kommt, Jungs. Vier, du haust auch drauf. Ich will den Tower. Ich brauch den Tower. Dann musst du da umgehen. Schieß mal auf die da. So, genau. Gib denen Gas. Das sind nicht meine Leute hier am Bampen. Was machen die da drüben? Hier sind auch Häuser. Okay. Das Haus wird sich schon wehren können. Das passt schon. Das gehört mir. Super. Aber bald gehört es mir. Gehört es mir? Yeah. So, jetzt nehmen wir die Häuser ein. Sicher ist sicher. Das sollte zack, zack gehen hier. Hey, hey, hey. Vier, 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 vier. Die wurden gesehen. Oh, das ist doch scheiße. Mann. Stell dich hier hin. Oh, ist das käsig, ey. Ich muss den befreien da unten. Der hilft mir sicher. Zuerst brauch ich mal Zombies hier. Zombies, Zombies, Zombies. Schnell die paar Häuser hier einnehmen. Ja, die kriegen Schläge. Alle da rüber. So nett ist das Haus da. Kommt, schnappt's euch. Schneller, Leute. Der hat hier auch seinen Spaß. Machen wir schon. Nächstes Haus. Es muss zack, zack gehen. Schießt er eh nicht wieder rum. So aufpassen, wenn der da rumschießt. Das ist nämlich ziemlich ungut. So, er schießt wieder. So, geh rüber. Schnell. So, genau. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi. Let's Play. Tschüss.